Heute ist Freitag, der 1. Dezember 2023. Wir sind hier auf Mallorca an der Playa de Palma. Gegen Mittag um rund 13 Uhr. Ja, wir haben 20 Grad, aber ein pfeift ein ordentlicher Wind. Böen bis 65 kmh. Ja, die Sonne kommt leider nicht komplett durch. Soll sich auch im Laufe des Tages weiter zuziehen und heute Abend ein bisschen Blick geben. Ja, die Sonne sind noch ein bisschen tiefere Temperaturen an der Playa de Palma, mit 16 Grad. Ja, das ist traubhaft hier einfach, traubhaft. Am 1. Dezember haben wir noch 20 Grad zu haben. Ja, wir machen mal einen Einflusswecker hier an der Playa. Rumpeln gerade, aber Wadermann 6. Rumpeln, 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 Rumpeln. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020